So, erstmal wieder die peitschende Fäule loswerden. Tja, so schnell kann man sterben. Bitte! So, das war die nächste. Ah ja, was mache ich übrigens mit dir? Lösch das mal bitte, kein Verhalten. Autoangriff, alles aggressiv. Ja, ich kann hier alles mögliche noch aufsammeln übrigens. Oh, benutze ich hier mal quicksafe. Sag hier oben wieder hallo. Ich hatte schon gedacht, dass du mittlerweile... ...und du bist mittlerweile ausgelöscht. Irmorgand hat noch keine Veranlassung gesehen, mich freizulassen. Seit dem Bootlieren leben Kreuzel und sich zu einem wissenden Lächeln, als würde er auf einen Witz hindurch, den euch beiden bekannt ist. Okay, sicherlich. Das kennen wir auch alles. So, jetzt müssen wir es nochmal mit Groß und Böse aufnehmen. Au. Du kannst leider gar nichts machen. Also wirst du ihn heilen. Edda, du ermittigst wieder das. So, und jetzt, äh... Na, nicht so gut, dass Edda schon ein bisschen was abgekriegt hat. Äh, Xoti... ...das da... ...Alof... ...Feuerball hinter dem Kerl. Der Feuerball scheint wehgetan zu haben. Wirf gleich nochmal einen. Xoti, du nimmst zweite Luft. Äh, Fenrir, du läufst mal weg. Oh, du hast jetzt 100. Okay, dann... ...hau mal was ordentlich Böses raus. Und haust gleich nochmal raus. Au, Edda, das ist nicht gut. Ich kann Fenrir mal wiederbeleben. So, das Ding ist endlich tot. Xoti jetzt heilt Edda. Und schwächt dieses Scheißteil. Edda hat gar nichts mehr an Ressourcen. Xoti... ...weiter drauf. ...Alof, weiter drauf. Ich hab grad auch keine Ressourcen mehr, also geb ich mir mal neue. So, jetzt ist Fenrir mal kurzzeitig sicher. Wo ich jetzt, wo ich ihn isoliert habe. Ähm... ...allschön weiter drauf. Ich steh da sehr ungünstig. Ich bin... ...tot. Das ist nicht gut. Du brauchst mal Luft. Ich hab vergessen, ich hätte genau Luft holen können. Hm. Nicht wirklich schön gerade. Halt auf, hat nur noch hier was. So. Oh, er ist tot. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank, er ist tot. Der Geist. Der Geist. Naja. Was haben wir erwartet, aber ich habe nicht eine Invitation zu meinem Raum, Herald of Barath. Erzähl mir, warum soll ich nicht, warum soll ich nicht, warum soll ich nicht, dass Barath das gut heißen würde. Ich fürchte Baraths Zorn nicht. Oblivion mit open arms. Warte. Du schreist, ich muss hinaus, wie die Leere langsam erstimmte, wenn du die Kate lässt nahm. So sehr es mich auch freuen würde, deine Seele zu verstreuen, du gehörst Barath. Ich werde dir dieses Schicksal ersparen, vorerst. Ich wusste, du würdest es nicht tun. Ich kann dich von der sterblichen Ebene genauso leicht pflücken wie Baraths, und du wirst ihnen nicht ewig gehören. Nun, zu der Angelegenheit, die dich hierher führte. Deine Besele, Freunde, mischen sich in Dinge ein, die jenseits ihres Verständnisses liegen. Wäre ich nicht die großzügige Kreatur, die ich bin, wärst du gestorben. Erzähle den Besele auf jeden Fall, dass sie versagt haben, und dass mein Auge auf ihnen ruht. Ich werde nicht zögern, sie auszulöschen, wenn sie mich erneut verärgern. Natürlich wirst du das. Er strahlt eine Zufriedenheit aus, die so dünn und scharf wie polares Sonnenlicht ist. Malo faltet seine Hände zu einem Dach und lächelt. Du kannst dich vorbereiten, Wichter, da etwas Wunderbares am Horizont erscheint. Eotas wird ein Zeitalter anleiten, das in seiner Kürze prachtvoll ist. Was soll das denn heißen? Du wirst es bald erfahren. Genieß in der Zwischenzeit die Welt, wie du sie kennst, solange du es noch kannst. Und übermitte deinen Besele-Freunden meine Grüße. Nimm ganze Stimme verstummt, nur der Wind holt weiter. Und wenn du mich nur vor Römergrant beschützt, werde ich nie wieder vom rechten Weg abweichen. Ja, Geisterreste. Das sind wohl alles Seelen, die Römergrants in Tropie zum Opfer gefallen sind. Also der Zersetzung. Das Steingesicht ist still, auch wenn du das Gefühl nicht los wirst, dass man dich beobachtet. Plackernde Energiekörnchen fließen in meinen endlichen Marsch in den Vortex. Okay. Ich finde auch das Untergrundbild da richtig cool gemacht. Wenn ich mir, also hier den Bereich, wenn ich mir so die Kamera bewege, kann man richtig drauf achten. Naja, soviel dazu. Wächter, Hagram, kannst du mich hören? Du hebst den Kopf und findest dich unten umgeben von ängstlichen Gesichtern. Florn zieht den Finger wieder zurück, mit dem sie an deine Schläfe getippt hat und stoppt auf beinahe Rückplatz. Oh, danke zu den Göttern, danke zu Hiela. Merla, du hast uns in Panik versetzt. Florn legt die Hand gegen die Brust und fächert sich mit der anderen Luft zu. Ich muss dir nicht sagen, dass es nicht funktioniert hat. Die Stromstärken haben ausgeschlagen und du bist auf einmal vollkommen erstarrt. Du hast nur noch geatmet, aber sonst nichts mehr. Wir haben einen Harz holen lassen, also das Haben fehlt. Was ist passiert? Hast du Schmerzen gespürt? Kannst du dich an irgendwas erinnern? Ich glaube, ich bin im Jenseits gelandet. Rimgan schickt seine Größe. Nun, deiner Wegen hätte sich meine Seele beinahe aufgelöst. Nehmen wir aber die Zwei. Du hattest eine Form von Vision, eine Nahtoderfahrung. Nachdem nun feststeht, dass du sicher bist, verwandelt, flaues Mistgefühl, sich rasch in professionelle Neugier. Nein, ich meine, ich war tatsächlich im Jenseits und habe mit Römergard gesprochen. Römergard. Ich spreche ständig mit den Göttern. Da war ein warmes Licht und da waren junge Hunde. Nein, ich war tatsächlich im Jenseits. Wie war es? Kalt, merkwürdig. Es war furchterregend mit den Achsenzungen. Spaß hat es wahrhaftig keinen gemacht. Sie sind Teerewächter, wirklich. Anscheinend haben wir deinen Geist weiter fortgesehen als geplant und der Rest von dir ist nicht mitgekommen. Das liegt nicht ganz außerhalb unserer Vorhersagen, aber es ist auch nicht das Ergebnis, das wir angestrebt haben. Wir verfügen ihm ein gewisses Budget für Freiwillige. Du kannst gern alles haben. Ich hoffe, das trägt dazu bei, deine Vergebung zu ermitten. 400 Kupfer dafür, dass Römergard uns einmal getötet hat und einmal fasst. Ich hoffe, das hat dich nicht davon abgemacht, uns zu helfen. Wir müssen die Stromstärke anpassen und dir die Möglichkeit verschaffen, deinen Flug zu kontrollieren. Ein besserer Begriff fällt mir dafür momentan nicht ein. Wir sind alle sehr froh, dass du noch heil bist. Wir untersuchen jetzt die Maschine und versuchen herauszuwinden, was schiefgelaufen ist. Bis dahin wollen unsere Freunde im Hauptquartier bestimmt das Neueste erfahren, da bin ich mir sicher. Und sie werden sicher geben wollen, dass dir kein ernsthafter Schaden zugefügt wurde. Wir sagen ihnen Bescheid, wenn wir bereit sind. Ah, Questerfahrung. Jetzt muss ich mal in die Taverne und rasten und dann kann ich ja mal den Überlandweg machen. Ja, flüchtiger Blick ins Jenseits. Lachen Bis zum nächsten Mal.